Denkt man ja darüber nach, wie geht es weiter, wo steht man heute, wo wird man morgen vielleicht stehen, vor welchen Abgründen, was wird werden, ja ich fang einfach mal an. Trinkt der Vorzugsmilch oder lieber Coca-Cola Light? Hat er Frauen und Kinder oder plagt ihn abends manchmal Einsamkeit? Trinkt der Torchow Armani oder Turnschuhe und Bluejeans? Ist er Scientologe oder der nette Mann vom Kundendienst? Trinkt er oft an alte Zeiten? Hört er sich noch oft die alten Platten an? Fehlen ihm oftmals die Worte? Wir werden jetzt Zeuge einer unglaublichen Verwandlung. Wenn ihr alle mal da rüber gucken wollt, alle da rüber gucken und es wird sich binnen Sekunden die gerade noch akustische Gitarre vor Cosmic DJs Bauch in eine original thailändische Wahnsinns Elektro-Gitarre verwandeln und jetzt da rüber gucken. Wahnsinn! Okay, also wo war ich stehen geblieben? Fehlen ihm oftmals die Worte? Was macht der vor David eigentlich halt? Was macht der vor David eigentlich halt? Hört er vor David eigentlich halt? Hört er vor David eigentlich halt? Wir nehmen oftmals die Worte Wir nehmen oftmals die Worte Wir nehmen oftmals die Worte Wir nehmen oftmals die Worte